Herzlich willkommen beim Online-Kurs zum Thema der offenen Bildungsressourcen. Dieser Online-Kurs wurde unter der Leitung von Martin Ebner und Sandra Schön von der TU Graz entwickelt. Der Kurs wurde dabei im Projekt Unite OER Courses gemeinsam mit allen Partnern der Europäischen Universitätsallianz, UNITE, entwickelt. Alle Inhalte werden in mehreren Sprachen angeboten. Damit das klappt, arbeiten wir beide mit unseren virtuellen Avataren. Hi! Hey! Buon giorni! Welkommen! Dobri geni! Isto è divertido? Anche in italiano. Benvenuti! Viel Spaß! In der Sprachauswahl finden Sie diese und weitere Sprachen. Wir hoffen, Sie haben Spaß daran, mit uns auszuprobieren, wie gut das gelingt. Wir haben eben diesen MOOC für Sie entwickelt und ich darf Ihnen kurz das Prinzip erklären. Der Kurs dauert prinzipiell vier Wochen, beziehungsweise ist er in vier aufeinander aufbauende Module gegliedert. Das Lernmaterial sind Videos, die mit weiteren Lernmaterialien in Form von Dokumenten, Links etc. ergänzt werden. Den Abschluss jedes Moduls bildet ein Selbsttest, mit dem Sie überprüfen können, ob Sie Wesentliches gelernt und verstanden haben. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, dann steht Ihnen das Diskussionsforum zur Verfügung. Für jedes bestandene Modul erhalten Sie einen virtuellen Badge und zusätzlich nach dem erfolgreichen Bestehen des Kurses bekommen Sie eine Teilnahmebestätigung. Schauen Sie sich am besten in Ruhe in der Lernumgebung um, egal ob Sie einen Laptop oder ein Smartphone verwenden. Die Oberfläche sollte immer entsprechend angepasst sein. Und vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass Sie Dinge, die Sie bereits erledigt haben, einfach als erledigt kennzeichnen können. So haben Sie Ihren Lernfortschritt stets im Blick. Nun aber zum eigentlichen Inhalt. Dieser MOOC dient dazu, Sie in die Welt der Open Educational Resources, kurz OER, einzuführen. Wir möchten darstellen, warum diese wichtig sind für die zukünftige digitale Bildungswelt und Open Science. Darüber hinaus ermöglichen OER uns auch eine noch bessere Zusammenarbeit, sind also ideal für europäische Universitätsallianzen. Man könnte auch sagen, die Voraussetzung. Und in jedem Fall wünschen wir Ihnen für diesen Kurs viel Spaß und gute Erfahrungen beim Arbeiten mit und Erstellen von offenen Bildungsressourcen.